Balmström steht an einem Teiche und entfaltet groß ein rotes Taschentuch. Auf dem Tuch ist eine Eiche dargestellt, so wie ein Mensch mit seinem Buch. Balmström wagt nicht sich hineinzuschneuzen, ihr gehört zu jenen Kreuzen, die oft unvermietet nackt. Ihr fuhrt vor dem schönen Abend, zärtlich faltet ihr zusammen, was ihr eben erst entbreitet. Und kein fühlender wird ihm verdammen, weil ihr ungeschneuzt entschreitet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017